Was zur Hölle? What? Ist das? Wow! Shit! Peace, Leute, Basker! Ich bin Calvin! Heute ein brandneues Horror-Game! Und zwar... Ich hab den Namen vergessen! Auf jeden Fall Fractured irgendwas! Brandneu rausgekommen! Ja, man, im Februar 2024 kam das raus! Ja, und vor paar Tagen... Ich bin kranker, halt. Ist so ähnlich wie dieses Depart-Spiel, was wir gespielt haben, wo man mit Waffe rumgelaufen ist. Genau, und die ganzen Creeps da rumgelaufen sind. Genau, vom Vibe eigentlich sehr, sehr ähnlich. Also ich bin kranker Hype, krass gespannt. Leute, fetten! Daumen hoch! Oh! Oh! Alter, Junge! Das ist geil! Jo! Oh! Flank! Tom! Oh mein Gott! Erstmal... Geil, Digga! Erstmal auf Chat gewartet, und meine verschenkten... Was? Kann man verstehen! Achso, er hat... Oh, warte, er hat gegiftet! Warte, warte, warte! Krass! Oh shit, oh shit! Tom, Bruder! Alter! Fetten Dank für das 240 Euro! Das wäre ärgerlich, wenn der Chat nicht da wäre... Davor war auch nicht drauf, Ben hat... 240 Euro auch noch rausgehauen, also... Absolut kranker sofort! Das krasse ist, man ist... Im Game drin, es gab nicht mal ein Startbildschirm. Man war direkt drin, ne? Ich kann nicht mal... Ach doch, ich kann Escape drücken! Ach lol! Hier kann ich Video einstellen und so... Das ist... Der Hauptbildschirm einfach! Oh! Das war's mit dem Game, Leute! Bis zum nächsten Video! Peace! Einfach geschlossen aussehen! Ups! Ah, Witz, aber wir haben Escape und so geöffnet, ne? Ja, Mann! Okay! Okay! So, wir hängen nicht... Okay, jetzt geht's rum... Jetzt geht's los! Krasse! Was?! Station 5?! Bruder, wir sind immer wieder in dieser Station 5! Ey! Station 5... Station 5 verfolgt uns! Sind das die Hersteller? Bro, nein! Das verfolgt uns einfach! Ey! Dieser Zug, der will nicht von uns loslassen! Ja, Mann! Weil das war eben... Der ist in jedem Horror-Game... Oh, nur die gleichen Bilder! Relativ ähnlich! Ist das irgendwie so ein Standard-Layout für Horror-Games? Ist das so... Kann jeder... Hat jeder Zugriff drauf? Ist das so... Irgendwo... Darfst du es eigentlich mal bedienen? Ja, da liegt was! Eine miese Waffe, Bruder! Oh, direkt eine Waffe am Start! Oh, krass! Intensiv! Du hast die Deppert, Bruder! Oh, schießbar! Oh! Boah! Das ist ein Dampf dahinter als ein Deppert-Game! Wir können nachladen! Ey, krass! Die Steuerung ist sehr langsam! Krass! Alter, warte! Expect a race! Nord... Emergency stop ahead! Stop? Ahead! Ey, das ist... Alter, das ist genau der Zug! Das ist der Zug! Ich weiß, was die los sind mit dem Zug! Der ist in jedem... Minimale Endo, aber das ist der gleiche Zug, ey! Krass! Können wir einen Waggon? Oh! Können diesmal einen neuen Waggon geben? Okay, krass! Let's go! Let's go! Let's go! Okay, das ist einfach der gleiche Waggon nochmal! Jetzt bin ich aber auch voll gespannt, weil man ist so vertraut mit diesem Waggon! Was kommt denn jetzt auf uns zu? Bruder, der ist unendlich, glaube ich! Warte! Graffiti, Graffiti! Mal gucken, ob das gleiche wieder da ist! Leute, ist das jetzt Station 5 nochmal? In Horror-Version? Mit Waffe? Der wiederholt die ganze Zeit, ne? Schäfer, diese Frau sitzt da gleich einfach! Hä? Anomalie-Game? Es ist immer der gleiche Zug! Achso! Oh mein Gott! Dann wäre das ja wie Station 5! Warte, die Musik hat sich verändert, oder? Dreh dich mal eben um! Hä? Ist zu! Ah! Sorry, closed! Ich bin doch gerade durchgegangen! Hä? Gucken, ob das auch im nächsten steht? Ich bin doch gerade durchgegangen! Okay, Leute, ich glaube wir müssen schon... Oder muss ich das abschießen? Ich fang dich auch gerade! Leute, wir müssen jetzt schon wachsam sein! Ich glaube, das ist schon mittendrin hier! Raus, Junge! Aber wir haben halt ne Waffe! Wir haben gedacht, es kommt einfach nur so... Gestalt auf uns zu, ne? Ich weiß nicht! Ich hab das Gefühl, wir müssen da irgendwas machen! Gucken, ob da jetzt wieder dieses... äh... Zuschild ist? Guck, wenn ich mich jetzt umdrehe... Hä? Okay, jetzt ist es noch nicht zu! Jetzt noch auf? Okay! Leute, müssen wir was machen hier? Ey Leute! Kann das sein? Das ist doch wahrscheinlich ein bisschen... Hä? Jetzt ist es offen, aber... Spezieller! Oh shit! Okay! Die Schweiger Fittis waren eben auch da! Ja! Diesmal ist nicht geschlossen! Ich glaube, wir müssen da irgendwas machen! Bruder, jetzt sind wir back in Station 5! Kann das sein? Und dann haben wir wieder jetzt hier so ein Kniffe-Game im Fahrt! Aber diesmal in der Fahrt? Nein! Oh mein Gott! Nein Leute, wir lachen! Wir haben Station 5 gesiegt! Wir hoffen wir uns hier einlassen! Wir sind einfach zurück! Leute, der Zug lässt uns niemals los, Mann! Shit! Oh Gott! Vor allem aber, wenn wir jetzt wissen, wie kann man den skippen? Hier steht, verschwende nicht deine Kugeln! Oh! Nicht verschwenden! Ist das ein Tipp jetzt? Hö, da hinten! Das ist deine Taschenlampe! Das ist meine Taschenlampe! Okay, wir haben eine Waffe! Auch Marvin verballert erstmal Munition, nachdem er gelesen hat, dass wir den nicht verschwenden sollen! Bruder, wir müssen was machen! Oh nein! Ich kann nicht mehr nachladen! Oh! Nein! Verkackt, Bruder! Ich habe nur noch ein paar Schuss! Okay, ich kann nicht mehr nachladen, das heißt, ich habe nur noch... Keine Ahnung, drei Schüsse oder so! Oh shit! Warte, soll ich zurückgehen? Achso, ja genau! Hä? Jetzt ist zu! Okay, wir gehen jetzt mal zurück! Warte, dieser Kopf! Hä? Wir gucken gleich, ob der auch da ist! Leute, kriege ich gerade Vibes von unseren hier Emojis, Leute! Ja, man, sind wir unser Merch! Unser Brownies-Merch! Warte! Hä? Ist da jemand? Leute, war da gerade jemand? Machen wir die Taschenlampe aus? Oder hat die Taschenlampe geblendet? Ich glaube, der ist geblendet, da ist keiner! Es kann sein, dass da jemand war, ich schwöre! Ich schwöre, Bruder! Oh, okay, der Kopf ist hier! Okay, man kann irgendwie einen Waggon kann man gehen! Geh mal kurz zurück, nur so gucken, ob die Tür sitzt! Okay, zurück kann man auf jeden Fall! Ja, aber nur diese zwei Waggons hier! Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwas machen! Ey, Leute! Wir müssen wirklich irgendwas machen! Wir müssen hier Moves machen, ne? Boah, ich darf nicht Muni verschwenden! Die ist gleich leer! Es ist der gleiche Zug einfach! Es ist der gleiche Zug! Aber es ist ein brandneues Game! Genau, es ist der gleiche Zug! Und jeder Waggon ist gleich einfach! Und wir sind gerade auch am herausfinden, was hier abläuft! Wir haben nur eine Pistole bekommen! Und ich habe keinen Schuss mehr gleich! Ich glaube, ich muss irgendwas abschießen, oder? Guck dir mal alles genau an! Wir müssen irgendwas abschießen! Es ist genau der gleiche Waggon! Wir sind einfach Station 5, Junge! Ja, wir haben einfach Station 5, was wir jetzt eine Knarre in der Hand haben! Das ist krank! Und eine Taschendampe! Hier ist ein Würfel! Gucken, ob der gleich auch da ist! Ja, lass auf ein paar Sachen jetzt mal achten! Ja, wenn ja... Es ist kein Anomalie-Game eigentlich! Nee, deswegen... Soweit ich weiß! Soll ich einfach weiterlaufen? Wir haben eine Waffe! Ich glaube, wir müssen irgendwas anderes machen! Was könnte man abschießen? Lass uns mal... Ich teste jetzt jede Tür! Ja... Der Sound? Ist das jemand? Das ist unser Schatten! Wir haben eine Taschenlampe! Gerade so gehalten, ne? Oh, da ist ein Knopf! Drückt man auf den Knopf! Da oben links! Wir versuchen jetzt mal irgendwas zu beeinflussen! Passiert nichts! Soll ich da drauf schießen? Komm! Ich fies mal drauf! Ich muss gut zählen! Oh, ich hab keinen Schuss mehr! Oh! Hä? Leute, what the hell?! Ich hab gleich keine Kugeln mehr! Fakt ist, Station 5 verfolgt uns! Und wir wissen nicht, was dieses Spiel gerade für uns will! Ich muss was anders machen, Bruder! Wir verzweifeln! Wir verzweifeln, Leute! Warte! Es muss einen Ausweg hier geben, aber! Wir haben irgendwas über... Wow! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Warum jetzt auf einmal? Was haben wir jetzt gemacht? Oh shit! Hat das Spiel uns echt so lange warten lassen? Oder bis meine Kugeln näher sind? Also muss man die verballern! Okay, Leute! Auf jeden Fall, wir stehen jetzt! Schon mal gut! Der Zug steht! Das heißt, wir sind ein bisschen weiter gekommen! Ich hab wirklich Angst gerade! Was zur Hölle soll ich machen? Fakt ist, die Waffe werden wir ja gebrauchen! Wir können immer noch nicht nach draußen sehen! Okay, wir gehen weiter rum! Alles zugemockt! Ich wusste ja! Okay, ich geh weiter! Oh shit! Also es hat sich schon mal irgendwie was verändert! Ich weiß nicht, an was es gelegen hat! Ein minimales Erfolgserlebnis! Ja! Hast du das Atmen gehört? Wir schnaufen gerade ein bisschen im Game! Sind wir das? Oh, wir haben Angst, glaube ich! Wir creepen! Ist das richtig ruhig! Okay, ich geh einfach weiter! Ich glaub! Boah! Ich hab vorhin zu uns, das ist einer so! Ich weiß, wie viel Schuss ich noch hab! Ich kann nicht nachladen! Ich denke, für irgendwann in Real Life steigen wir in so einen Zug! Dann sieht das halt genauso aus! Boah! Boah, Junge! Selbst am erledigen Tage! Denk ich mir so, oh mein Gott! Ich würde echte Albträume kriegen! Dann sind wir verflucht! Ich hätte dann wirklich Angst! Stell dir vor, ein echter Zug sieht wirklich so aus! Und vor allem, wenn der noch fast kaum... Genau mit dieser Schrift und alles! Das ist Feierabend dann! Leute, wir haben Angst im Spiel! Ja! So, Angst in Real Life! So, wenn wir nicht an, Bruder! Ja, wir haben heute drin aufgestellt! Keine Windeln! Keine Windeln an! Wir sind erwachsen geworden! Aha! Breaking News! So, da ist alles! So, da ist es nicht! So! 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 Okay, irgendein Typ hat seine Frau umgebracht. Okay, irgendeine News einfach, dass jemand seine Frau umgebracht hat. Der Bruder wurde erschossen, Rest in Peace. An die Frau natürlich. Okay, es passiert immer irgendwas anderes. War einmal schon schwarz? Als ob da so ein schwarzes Bild ist. Aber ich glaube schon, das habe ich eben auch gesehen. Aber kein. Ich meine schon. Da steht A.I.O.K. anstatt das Emerging Stop. Als ob. Echt? Laberkern. Ey, wir gucken direkt. Dann haben wir ja die erste creepy Botschaft oder was? Oh, er drescht! Leute. Ey, das ist ja nicht jetzt ein allem Money Game. Das heißt, es ist einfach eine Bedrohung fast schon. Ja, man. Die Frage uns, ob alles gut ist. Das schwarze Bild ist weg. Das schwarze Bild ist weg. Oh, das ist auch weg. Leute, da passieren die ganze Zeit Dinge. Es verändert sich. Oh nein. Wir sind nicht okay. Aber von automatisch. Was machen wir hier? Oh, da flackert das Licht. Echt? Oh shit. Oh mein Gott. Oh bro. Okay, die gleichen News immer noch. War das Bild schon da? Guck mal hinter dir. Fällt gerade auch ziemlich auf, der Kopf. Der war doch nicht da, oder? Beobachtmeister. Ich sehe die ganze Zeit irgendwelche Sachen, die gar nicht da sind. Wow, Alter. Lang und halbären. Krank. Wow, mit 22 Fragen. Auf trocken ohne Reden. Einfach noch Support. Riesen Dank, Bruder. Fetten dauer. Bilder-Supporter. Ja, hat sich geändert das Bild. Oh. Okay, Leute. Wir wissen jetzt, Bilder verändern sich. Aber was passiert jetzt so? Ja. Wofür haben wir jetzt eine Waffe? Frag ich mich auch. Wer kriegt die Kugeln hier auf den Nacken eigentlich? Wen müssen wir erschießen hier? Und ich habe fast keine Munition. War das richtig oder nicht? Das ist die Frage. Oh shit. Das war eben nicht, oder? Eine Störung, ne? Ja. Und das Bild ändert sich die ganze Zeit? Störgeräusche? Bro. Was war das? Immer noch, are you okay? Es gibt zwei Waggons. Bei einem ist das Bild, bei einem was anderes. Ah, okay. Also das ist bei einem dann immer, ne? Ja. Aber dieses Ding ist ah ok. Er hat sich verändert. Das fühlt sich fast schon so lost an. Einfach nur rumgehen. Ja. Aber so ist das Spiel einfach aufgebaut, ne? Hier ist Waggon einfach. Hä? Ich muss jetzt was abschießen? Soll ich den... Schieß mal auf das Radio. Ich habe keinen Bock noch auf das gelabert. Rauf da. Schnauze worden! Oh shit. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe wirklich keine Muni mehr. Oh shit. Will das Spiel auch bewältigen können? Oh shit. Sehen wir dann. Wir müssen das alles wieder nochmal machen. Wenn das erste Mods da kommt. Ich hoffe, wir müssen das wirklich jetzt alles nochmal machen, weil ich keinen Schuss mehr habe. Oder stell mal vor, das Spiel ist so der Sinn. Wir müssen unsere Kugeln perfekt verteilen. Oh shit. Fuck up! Aber noch wissen wir es ja nicht. Ja, wir wissen es. Vielleicht kriege ich auch noch Muni zu. Aber da war eben ein Schild. Bestand. Nicht verschwendet Muni zu. Genau, verschwende deine Muni zu nicht. Das war der einzige Hinweis. Was hat die jetzt verschwendet? Ohhhh! Hey, crazy! 50 Schweizer Fucker auf Rocken, Bruder! Vielen, vielen Dank! Yo! W! Lange Zeit werden, Bruder! Fetten, fetten Dank, Bruder! Fetten, fetten Dank! Wild, Bruder, wild! Beste Grüße zu dir in die Schweiz! Vielen, vielen Dank! Ja, Mann! Heftig! Ehren, Mann! Hast du noch Muni zogen gerade? Vielleicht müssen wir nochmal von neu starten. Würde ich auch cleaner empfinden. Nicht, dass wir jetzt irgendwas geskippt haben. Wahrscheinlich einmal besser. Neu starten? Ich würde sagen, nochmal neu. Wir haben ja jetzt die Hinweistafel gesehen. Um einfach, damit uns nichts entgeht. Bist du sicher aber? Es passiert wirklich nichts. Außer... Das Problem ist natürlich, wenn das jetzt wieder sich zieht, ist es ein bisschen trocken. Ne, ne, ne. Wir müssen wirklich was finden. Aber... Wir müssen wirklich was finden. Ah ja, es wiederholt ja. Genau. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht nichts verschlafen. Aber was, wenn wir ein Detail gefunden haben? Guck mal. Fünf Blätter. Fünf... Oder fünf Buchstaben oder so. Um das... Aber welches Schloss zu eröffnen? Hier muss irgendwo ein Schloss sein. Weißt du? An den Seitentüren ist auch kein Schloss, ne? Ne. Lass uns mal das Schloss suchen. Ja. Vielleicht da wo zu ist die Tür. Nach hinten. Da können wir dann gucken, ob da noch ein Schloss dran ist. Genau. Lass mal abstecken. Einfach Station Fünfzug, oder? Ich glaub's nicht. Ich glaub's wirklich nicht. Wir sind einfach wieder im Game. Ah, okay. Ist hier ein Schloss aber? Nicht wirklich. Da muss ich die Steuerung nochmal gucken. Ich check mal kurz die Steuerung ab. Keybinds. Also. Wir können interagieren. Taschenlampe. Ducken. Okay, ganz normal. Rennen. Blablabla. Sliden. Wir können springen. Okay. Inspect Pistol. Mit E. Tab Ammo checken. Oh. Tab. Nochmal Tab. Null. Krass. Wir können checken. Ah. Und die Waffe angucken. Irgendwie. Was soll immer das bringen. Okay. Wir haben gar keine Ahnung. Ich glaub wir müssen echt neu starten. Ich glaub wir starten mal neue Leute. Jetzt achten wir auf alles. Wir beachten jetzt erstmal die Punkte. Es ist anders glaube ich. Es ist anders. So. Okay. Auf kleine Details achten. Fünf Buchstaben für das Schloss. Okay. Ich weiß nicht wann das Schloss kommt. Hey. Sie sind versteckt. Inmitten des Spiels. Okay. Wir können es ducken und so. Also überall ducken. Die brauchen wir auf jeden Fall um das Puzzle zu schaffen. Genau. Und die vierte Wand bricht nicht. Was soll man das heißen sollen. Äh. Wir sollen aufpassen auf Munition. Wir haben zwölf Schuss im Stack. Ne auf Stack 24 und im Lauf zwölf Stück. Yes sir. Okay. Okay. Also. Wir müssen auf Details achten. Beobachten jetzt ne. Für das Schloss. Ja. Da oben ist die Zahl. Genau. Hier sind zum Beispiel Buchstaben. Sollen wir uns das aufschreiben? 8.05. Ich würd sagen. Sollen wir aufschreiben. Komm wir holen sogar Zettel. Leute. Wir holen Zettel. Stimmt. Wir schreiben unsere Leute. Wir müssen grinden. Wir müssen jetzt alles hier aufschreiben. Das ist Station 5 Vibes. Das ist nicht umsonst dieser Zug hier. Das heißt. Der verfolgt uns. 8.05 war das ne? Gehen wir zurück. Ähm. Ja. 8.05. Okay. Chat schreib mit. Hast du was übersehen? Ja man. War alles 8. Meinst du da war noch was? Du bist ziemlich schnell der Tür ist gegangen. Achso. Aber die Räume. Okay. Wiederholen. Wiederholen sich. Das ist der Raum mit der Tafel. Der war doch gerade oder? Ich dachte jetzt kommt ein anderer. Oh. C30. C30. Einfach mal aufschreiben. Zack. 8.05 haben wir schon ne? Was ist das? C. C. Aber das ist halt so random. Ein bisschen random. Das steht aber Buchstaben ne? Letters ist doch Buchstaben. Fünf Letters. Oder kann das auch Letter auf Zahl sein? Dundu. 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 Hier ist ein Schloss Rumänien. Okay. Hab ich eben noch nicht gesehen. Das ist Station 5 hier. Station 5. Nachricht von Station 5. Dundu. Was ist hier mit diesen. Das ist mir eben schon aufgefallen. Diese Würfel und so. Weißt du? Ja. Ist das ein Hinweis? Ist schon auffällig irgendwie. C.C.A. steht auch hier. Schreib mal auf. Komm ich schreib das mal auf. Durchsicht dieses Symbol auch mal? Welches? Ja. Das Symbol haben wir auch eben. Genau. C.C.A. Zack. Weiter geht's. Okay. Wir gehen weiter. Da ist irgendwas im Busch. Ey ist schon wieder der Waggon. Hier stehen wieder die Regeln. Okay. Letters Buchstaben. Aber wir müssen Buchstaben finden. Buchstaben. Aber eben hat sich irgendwie was verändert. Was habe ich eben anders gemacht? Außer geschossen. Eigentlich warst du nur mehr in der Mitte. Der ist ja angehalten der Zug. Genau. Du warst ja in der Wand. Du hast ja so. Alter rumgeguckt. Ja. Und das Streamlight nicht vergessen auf jeden Fall. Wir können ja alles wiederholen. Aber nur ohne zu schießen. Ja. Bis der Zug anhält. Guck dich mal. Ob man dann irgendwas sieht auf der Höhe. Ich kann auch Sliden stand dann. Ich kann gar nicht sprinten. Was labern die? Wurden geprankt. Oder noch nicht. Vielleicht können wir gleich sprinten. Okay. Irgendwo stand ich. Da ist der Zug angehalten. Weißt du noch? Guck mal da auf das Bild. Jetzt irgendwas. Mental hell. Eigentlich nicht. Der Rest zu klein geschrieben. Ja. Das ist kein Hinweis. Hier steht auch noch das Normale. Das ändert sich. Das ist jetzt der gleiche Waggon. Du meinst du wir müssen was finden? Der ändert sich nicht. Das ist irgendwie so. Wir haben das doch nicht abgeschlossen. Wir haben das eben gemacht. Irgendwas überhaupt nicht auf dem Zettel. Ich habe eben nur geschossen. Oder ich muss das abschießen was sich geändert hat. Oder? Der liegt doch nicht an deinem Boden. Achso. Die Station 5 wo da irgendetwas liegt oder so. Kann auch sein. Wird sehr clean aus. Der Zug ist irgendwie sehr... Wow. Clean man. Motherf***er. Rauchen verboten. Ich muss irgendwas drücken wieder. Oh. Ich habe doch eben den Knopf gedrückt oder? Drück mal rum. Dann ist doch was passiert. Ich glaube das... Wo war der? Hier. Ja man drückt den mal. Let's go. Ok. Abgedrückt. Hm. Beim Graffiti war jetzt auch keine Zahl. Hm. Graffiti welche? Da links. An der Wand. Ah. Da ist so ein Kopf-Symbol. Das ist ein Eierkopf. Das ist auch komisch. Hä? Jetzt würde ich den Kopf angucken. Leute guck dich den Schädel an. Leute das ist ja nicht mehr normales dein Kopf ist. Das ist ja komisch oder? Was bedeutet? Hm. Die ist eigentlich alles ok oder? Ansonsten sind da nur noch Plakate, Poster. 8805 steht immer noch. Haben wir echt alles aufgeschrieben. 8805. Warte warte warte. Gehen wir zu den Plakaten. Welchen? Das da? Hier? Ja. Ist da oben eine Zahl? Ah. Das haben wir ja schon. Hm. Komisch. Sehr 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 strange. Komisch. Da stand irgendwie Passengers noch was. Der Emergency Stop Ahead. Passengers expect delays. Das ist der Standard. Das will dieses Spiel von uns. Rumänien. Ja. Rumänien. Es ist die ganze Zeit gleich. Eben sind wir weiter gekommen als jetzt? Es fühlt sich so stumpf an. Hä? Man erreicht gerade nichts. Ich habe noch nicht geschaut. Ich muss einmal schießen gleich. Weißt du? Einmal ist keinmal. Was muss passieren. Okay wir haben 35 Schuss. Warte mal. Da ist da was. Gehen wir zum rumänischen Ding. Ist das was blaues? Oh. War das vorher auch schon das? Ist das eine Zahl? Achso. Ich dachte es steht eine 9 oder so jetzt. Hm. Wie ist das? Boah komisch. Leute ist dieses Spiel spielbar? Ja safe. Das sah wild aus. Schön. Du hast hier ein bisschen reingeguckt. Ist der aktiv? Ja. Da kommen einmal so Figuren. Die stehen da rum und so. Leute. Da müssen wir noch einiges hier freischalten. So random Köpfe da und so. Okay krass. Wir müssen nur irgendwas machen. Wir müssen irgendwas triggern oder aktivieren. Okay auf Details achten. Was machen wir? Fünf Buchstaben. Versteckt im ganzen Spiel. Bam. Aber wir müssen erst irgendwas beenden um zum Ende zu kommen. Okay. Wir müssen irgendwas beenden um zum Ende zu kommen. Fake. Und das bricht nicht die vierte Wand. Was haben wir eben anders gemacht. Soll ich nochmal drauf schießen? Ich muss nochmal drauf schießen. Wir haben eben safe außer sehen was abgeschossen und was sich verändert hat. Ich glaube auch. Wir müssen uns einfach immer merken. Deswegen kommt auch immer der nächste Raum. Es verändert sich eine Kleinigkeit. Deswegen sieht das bei uns immer gleich aus. Also wir müssen immer gucken. Okay fangen wir an uns jetzt alles zu merken. Sollte dieser Kopf da. Der könnte ja auch fehlen gleich. Hier direkt ums Eck. Achso. Klebt er noch da? So was ist ziemlich auffällig. Ja. Dieser Sticker. Auch die Schrift ne. Was mit Poster. Oh. IOK. Das wäre jetzt ne Sache. Warte warte warte. Das war doch eben nicht oder das schwarze? Schieß das ab. Schieß das ab. Leute das war nicht oder? Okay Leute. Schieß drauf. Und dieses IOK gleich. Diese animierte Schrift. Die verändert sich ja auch ne. Aber das ist bis jetzt noch nicht. Nicht dass es verpackt ist weil neu ist? Boah ich glaube nicht. Boah. Also wenn man so ein Game raus bringt. Sollte man schon das hingekriegt haben ne. Wir sind ja eben auch schon weiter gekommen. Genau. Guck jetzt das weg. Krass. Was wir gerade abgeschossen haben. Das war das ne? Ja. Jetzt sind wir woanders. Jetzt hat es was anderes verändert glaube ich. Jetzt müssen wir wieder was anderes gucken. Ja man. Ok krass. Ok ok. Das ist einfach Station 5. In Anlass. In Anlass mit Waffe. Da ist noch dieser Kopf. Mox. Ok. War das eben schon da ja ne. Glaub schon. Mit den Bullets. Also nix auffälliges jetzt gerade irgendwie. Nee das ist jetzt noch nicht. Gucken ob hinten. Würflister. Oh keine Geräusche hier hatte. Dann gleich auch die Stimme abballern. Das hat glaube ich auch was gebracht. Ja. Wenn der redet ne. Ja. Aber woher sollen wir jetzt sehen was sich geändert hat. Weißt du. Es hat doch gerade so gehangen. Als ob wir wieder zurückgeschmissen wurden. Weißt du. Ja. Ok. Oh. War das eben da? Da war eben ein Viereck. Schieß drauf. War das eben da? Diese Krabbe? Nee. Schieß drauf. Bam. Let's go. Let's go. Let's go. Was mit dem Bruder? Der hier war Rumänien Bruder. Ja. Ey wir kriegen es hin. Schieß drauf. Warte warte. Der wackelt. Ok. Let's go. Lass uns nicht verarschen Leute. Lass uns nicht verarschen ihr Alter. Ey es bringt was. Nice. Ja man. Ok wir kommen voran. Stark. Stark. Let's go. Ok Krabbe ist da. Ist ja irgendwie Schritte. Das sind unsere. Der Bruder hat Angst. Guck mal das Bild ist wieder anders. Was ist hier? Oh. War nicht hier was? Sieht so nackt aus. Sieht richtig nackt aus. Ok. Rumänien ist wieder da. Das ist wieder drauf schießen? Kann man eigentlich wieder drauf schießen ne? Oder nicht? Oder ist das jetzt halt wiederholt? Warte wie viel. He? Boah. Schieß. Yo. Leute. Was zur Hölle? Da spielen wir in unsere Psyche jetzt rein. Wir wollen uns richtig verarschen. Mhm. Ihr wollt ja verarschen. Ok das war's ne? Einfach Buh ey. Ok krass. Ok. Wie lange haben wir den Dreh glaube ich hier raus? 30 Schuss. Rauch man. Ok Details. Ok. Wir gucken direkt von hier. Krabbe Kopf. Meinst du den Kopf auch mal aufbauen oder nicht? Ja das Bild ist wieder da. Eben das hat sich auch verändert. Bis jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht ja. Jetzt hört mir gerade nichts auf ehrlich gesagt. Was hat sich verändert? Boah. Meinst du die Dinger mal abschießen oder nicht? Visit Romania war das schon da? Ich frage mich auch gibt es auch wo keine Veränderung ist. Geht mir einfach weiter. Jetzt gehe weiter. Oh. Oh. Aha. Jetzt redet. Da schießen wir mal auf die äh... Auf den Laufsperr. Das genau. Das? Ja. Ok. Das auch? Ok. Besser auf eins auch. Hier das ist wieder da? Wieder abschießen? Oder nicht? Oh oh oh. Das hat Schwenner. Oh ja. Da drauf. Bam. Das ist wieder gut. Boah. Ist hier immer noch okay? Die Frage ist jetzt nochmal abschießen oder nicht? Wir haben... Wäre ja Munitionverschwendung eigentlich, ne? 27 Schuss. Eigentlich nicht, oder? Ich würde sagen, lieber nach anderen Fehlern suchen, oder? Ja. Ja. Störung? Okay. Vor allem sind wir auch die ganze Zeit verschont. Keiner greift nichts an. Wir haben eine Waffe. Bis jetzt noch alles gut. Sehr sanftes Game ist jetzt. Ich frage nicht, wann das Schloss kommt. Ich schieße es jetzt einfach ab, was anders ist. Ja. Bis das weg geht einfach. Sieht immer noch nicht zurück, oder? Ja. Ja. Sieht die ganze Zeit, oder? Sieht die ganze Zeit, oder? Ja, ja. 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 Oh das ist auch neu. Ja lass mal Fitt auf. Are you going insane? Wirst du verrückt? Ja wir werden verrückt! Das erreicht das Spiel auf jeden Fall. Ich habe miess jetzt verschwendet.. 22 Schuss. Hoffentlich irgendwas erreicht. Ok die Enden... Ok das ist wieder da jetzt. Ich schieß mal! Was? 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 Ja, das ist wieder normal jetzt. Ja. Wie hast du es ihm nicht getroffen? Soverein aus. Boah, ich habe Angst, bist du zu verschwinden? Ich treffe das doch oder? Ja. War ich jemals ein Kreis, wo du anweselt hast? Ja, manchmal ist ein Kreis da. 18 Schuss noch. Das ändert sich nicht. Eigentlich muss das normal werden. Guck, da ist der Kreis. Jetzt ist der weg. Ja, verpackt ein bisschen. So. Das muss ich auch abschließen. Das spricht bei uns. Nee, jetzt ist das wieder da. Mach ich gerade umsonst? Leute. Wir müssen gleich nachgucken. Du weißt halt nicht so, machen wir das Richtige? Ja. Das ist ein bisschen sehr random. Wenn man nicht weiß, ob wir das Richtige machen oder nicht. Ja. Also du bist ungewiss halt, ne? Ja, Mann. Du kriegst ja nicht mehr... Oh! Und jetzt ist der Kreis da. Ja, warte mal. Der unten links hin. Ist der Buh? Oh. Nee. Die Verzweiflung. Die Munition hat das mal rausgebracht. All in Leute. All in. Wir wollen antworten vom Game. So. Statement. Statement. Okay. Ich klicke jetzt alles an, was noch Zettel aussieht. Ja. Haben wir übersehen. Das hat Boy die ganze Zeit geschrieben mit dem Zettel. Sorry. Haben wir echt übersehen. Aber super. Genau. Super Tipp. Oben ist gut. Leute. Guck mal. Erster Hinweis. Jetzt geht's ab hier. Okay. Haben wir noch Munition? Crazy. Nein, Mann. Egal. Wir schaffen's ohne, Junge. Wir schaffen's ohne, Junge. Wir brauchen den. Der Marsch. Leute, du meint ihr, wir brauchen die Munition? Wir brauchen die, oder? Wir müssen neu starten, glaube ich. Ganz ehrlich. Jetzt kommt weiter ohne Munition. Ja. Vor allem am Ende steht irgendwas. Irgendwas bricht nicht. Ah. Vierte Wand. Oh. Und da musst du wahrscheinlich erschießen. Okay, Leute. Jetzt nochmal frisch. Crazy. Okay. Ich glaub, die Sachen passieren einfach random, die da so Zug und so hält an. Also, Knarre sammeln, zack. Okay, wir haben's verstanden. Let's go. So, Hinweise. Mal gucken, welche Creeps die Patronen von uns abbekommen. Ja, aber bis jetzt noch keinen Zettel hier, ne? Ja. Da ist keiner. Jetzt weiß ich, ob man trotzdem was abschießen muss. Oder war das dann komplett random? Wir hätten ja wirklich was abgeschossen. Krass. Okay. Zettelzettel? Wer ist keiner? Das ist der erste Zettel wahrscheinlich. Mhm. Trotzdem mal diese Fehler angucken? Ja. Oder E drücken? Man kann mal versuchen, dass es getrackt wird. Genau. Auf jeden Fall nicht schießen. Aber eh drücken easy. Hier muss man auch mal drücken. Ja, doch man muss die Fehler, glaub ich, drücken. Ich drück mal hier einfach ein paar Sachen. Ich drück mal das hier. Dem Bruder hier. Kann man das auch machen. Geht das auch. Hier sind die Regeln, ich drück die auch mal. Oh, hier ist das erste, was anders ist. Wie ist diese Rumänien-Poster eigentlich? Okay, jetzt ist es wieder da. Ja. Was ist jetzt, was verändert? Der Tettel lässt noch auf sich warten. Genau. Hat aber jetzt keine Veränderung. Jetzt kommt das erste, wenn die Bären aufhört. Jetzt muss sie weg. Komme ich jetzt gar nicht so anders. Plakat ist normal. Ich muss einmal schießen. Das ist das Prinzip. Mal hoch, Bro. Guck, das resettet immer so. Hm. Okay, der Bruder ist wieder hier. Der Bruder. Mentale Gesundheit. Die wollen, dass wir durchstehen, Alter. Hm. Da muss mental stark sein für dieses Spiel. Ja, Mann. Warum geben die uns diese Werbetafeln für mentale Gesundheit? Wieso? Was wollen die uns damit sagen? Indirekte Botschaft, ey. Oh. Bam. Oh. Da fehlt was. Okay, wo ist Buh? Noch nichts. Krass, an wie lange das dauert. Immer noch kein Zettel. Ja, das ist komisch. Aber ich glaube, das ist normal. Guck, das hat es wieder normalisiert. Alles. Das ist ein normaler Zug. Cleaner Zug. Ich lese es aktuell. Wow. Clean, Mann. Motherf*****, Alter. Jetzt gar nichts woanders. Ah doch. Jetzt wieder nur das. Oh. Okay. Wow. Okay, also passiert das automatisch. Ne? Ja, das ist automatisch. Oder spawnen die Zettel immer schon woanders. Wir müssen mal gucken, ob irgendwo Zettel sind jetzt. Stimmt, weil wir legen uns ganz halt nur da hinten fest. Ja. Mal alles abschicken. Ja. Was sehen wir? Vielleicht müssen wir das noch lange ansehen. Mhm. Dass es so erfasst wird, dass wir das gemerkt haben. Ja. Aha. Ja. Oh, guck mal. Das ist ein Gesicht. Oh, das haben wir eben gar nicht gesehen. Das ist creepy. Was willst du? Gib mal den Zettel. Ja, Mann. Gönn mal einen Zettel, Bro. Gönn mal Buchstaben. Das ist geil. Hat der hier auch mal. Gönn mal den Zettel, Bruder. Der Bruder will den Zettel nicht geben. Fünf Zettel auf jeden Fall. Ja. Jetzt durchsagen. Jetzt durchsagen. Ah, jetzt fehlt das hier auch. Are you okay? Die erste Änderung? No, Bro. Nein, solange wir nicht klar weiterkommen. Wir brauchen diesen Zettel. Geh hier durch. Gib uns einfach den Zettel, Junge. Ohne reden, Bruder. Der kommt nicht. Leute, wenn man noch was wartet. Aber eben war der auf einmal da bei uns. Ja, der war einfach so da. Ich glaube der kommt random, ne? Der Mann hat noch kein Zettel. What the hell is... Oh, der Zettel ist doch... Ja man, endlich. Leute, Zettel gemeint. Der kommt jetzt immer noch im E ist. Ja, aber nicht. Haben wir schon notiert. Okay. Erster Zettel, let's go! Bam! Let's go, eh! Buchstabe E haben wir notiert. Okay, haben wir notiert? Okay. Mussten wir den einsammeln oder so? Ne, ne? Also, eh. Wie viele Blätter gab es? Fünf Stück, ne? Ja. Wir lesen nochmal nach, ob es fünf gab. Gucken, ob jetzt irgendwas passiert. Ja, fünf Buchstaben brauchen wir. Erstmal das, unsere erste Mission. Wir müssen jetzt gucken, ob irgendwo hier Zettel sind. Oh, oben ist schon Blut. Oh, hier ist Blut. Ja man. Was ich mich auch frage, denkst du das sind immer Zettel? Oder kann es auch an der Wand irgendwo stehen? Da steht extra sogar Zettel. Letters ist Zettel. Okay, okay. Oh! 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 Okay, Leute. Hi. Da wurde jemand zerquetscht. Oder... Und das ist mal was ganz Neues. Das habe ich gesehen. Ja, Mann. Ich wollte aus der Bahn aussteigen. Die packen wir uns jetzt direkt. Mal sehen, was steht. Das ist immer noch der. Ey! Das heißt, die anderen müssen woanders sein. Ich gehe zu der Tür. Das wäre jetzt krass, wenn wir sogar noch irgendwo sind. Ja, vielleicht hängt der noch hier. Oh, die Tür geht so hart zu. Du zerquetscht einfach. Wo ist die Zettel? Oh, schieb. Könnte der klappen können. Noch auch mehr Munition. Okay, wir haben noch einen guten Schuss. Ich will jetzt nicht verschwenden. Ja, genau. Hier steht. Oh, wir können anrufen. Das ist eine Nummer für uns. Haben wir ein Handy? Oh, shit. Haben wir eins? Ich glaube nicht. Nein. Schade. Sonst hätten wir anrufen können, dass wir verrückt werden. Okay, es ändert sich aber schon mehr. Ja. Okay, hier ist Blut oben. Zettel. Irgendwo, oder? Überhaupt keiner. Irgendwo Zettel. Hinten ist keiner. Kein Zettel, Bro. Gibt der uns ein Zettel? Gesicht mit Boo. Gibt uns kein Zettel. Gibt uns kein Zettel. Okay, wir gehen einfach weiter. Bis ans Ende. Oh, ist da Licht aus da hinten? Ja man, sieht so aus. Oh, Leute. Eine Änderung. Oh, oh. Oh, oh. Hatten wir auch noch nicht, ne? Ne, Mann. Wir drehen uns auch da nochmal. Komplett unten. Oh, so. Dreh dich mal. Oh, okay. So, da hat irgendwas nicht geändert. Mal gucken, ob hier ein Zettel ist. Kein Zettel. Kein Zettel. Oh, da hinten ist. Das ist wie ein anderer Zettel. Ja. Mit Blut dran oder so. Okay, die Tür ist gedamaged. Ja, Mann. Boah, ja, Mann. Und da ist noch Blut dran. Ja, das ist ein Zeichen. Leute, nächster Buchstabe jetzt. Und? Keiner. Keiner? Kein Buchstabe. Oder steht hier einer im Blut? Genau. Blut aufschicken. Kein Zettel. Hey, wollen wir das verarschen? Fünf Zettel. Hm. Oder ist das eigentlich nur ein Leerzeichen? Okay, komisch. Hm. Sehr merkwürdig. Und hier ist nächstes Blut. Oh, shit. Oh, was ist das denn? Was ist hier ein Buchstabe? Was ist das? Was ist das, Junge? Ja, mal locker ist woanders noch ein Buchstabe. Oh. Guck mal, bei dem ganzen Blut. Da ist doch irgendwo ein Hinweis. Ja, Mann. Safe. Guck mal alles an. Oh, shit. Aha. Fehlt ein ganzes Plakat. Warte, ist da oben links? Warte. Ist da ein Zettel oben rechts? Oh. Tada. Guck dir in die Wand. Da. Hier? Ne. Achso. Warte. Ne, ist der Knopf. Ne, ist Metall. Streh durch. Ne, 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 ne. Aber... Liegt da einer auf Boden oder so? Ne. What the hell, Alter? Oh, da steht was. Oh. Mörder. 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 Die ganze Zeit Mörder. Die ganze Zeit Mörder. Ist das wieder Killer? Oh Gott. Hinten ist wieder ein Zettel. Da oben plackert ein Licht. Plackert ein Licht. Das ist wieder der Raum. Mörder, Mörder, Mörder. Oh mein Gott, das sind welche. Das sind Leute. Warte, ich mach jetzt mal einen Zettel. Oh mein Gott, aber egal. Wir haben Leute unsere Knall ausgeladen. Okay. Verstand nichts. Oh shit. Leute, ob jetzt geschossen wird? Oh shit, das sind Leute. Yo. Ey. Jungs. Mädels. Alles sensiert? Soll ich es tun, oder? Leute. Soll ich es tun? Shit. Statement. Sollen wir einmal schießen und gucken was passiert? Soll ich es tun, ne? Alle jetzt reinschreiben. Ja oder nein? Soll ich es tun? Statement. Ihr entscheidet. Soll ich es tun? Ja oder nein? Die Mehrzeit gewinnt. Soll ich es tun? Ne. Nein? Ja? Nein. Will ich es riskieren? Okay. 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 Egal, wir müssen was ja konzentrieren. Alles nach. Ein Handy, der Bruder. Yo. Was denn? Der sagt Mörderer zu uns. Du bist ein verdammter Mörder. Yo. Boah Leute, wir sind der Mörder im Spiel. Bruder, beruhigt dich. Wir sind kein Mörderer. Wir haben nicht mal einen erschossen hier. Was landern die? Wir lassen uns hier zusammen. Wir haben ja nicht mal Spaß geschossen. Wir haben ja nicht mal Spaß geschossen. Komplett zusammengerissen. Wissen. Und dann sagt er, dass wir sind Mörder. Wo wir uns hier richtig am Riemen gerissen haben. Leute, lass uns nicht als Mörder abstempeln hier. Auch wenn es... Oh, eh. Egal, weiterhinweise hinten. He. 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 Hey. What the hell, Alter? Ich glaub, wir müssen die Mörderen schießen. Leute, ich muss das tun. Okay, jetzt müssen wir wirklich... Leute. Leute, wenn wir die nicht abknallen, wie sonst. Wir machen mal kurz GTA. Geht rum und... Wir sind Mörder! Ich mach den Single-Typ hier weg. Hau rein, Bruder! Hey, wer überlebt das? Passiert nichts. Oh Mann. So läuft das doch nicht so. Vielleicht müssen wir einen umlegen. Du bist ein Mörderer. Lass uns mal jeden angucken. Du bist ein Mörderer. 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 Der nervt. Oh, es geht. Das sind neue. Das sind die gleichen. Das sind neue Leute. Oh, neue Leute. Oh mein Gott. Da müssen wir doch irgendwas jetzt machen. Okay, Bruder. Wir gucken uns jeden jetzt an. Okay, Bruder, okay. Der steht vor der Tür. Hä? Oder müssen wir den Mörderer herausfinden. Kann auch sein. Hey, die sehen alle gleich aus. Guck mal, Jeans und blaue. Oh, ne? Unumär gleich. Vielleicht sieht man von einem das Gesicht. Du bist ein Mörderer. Du bist ein Mörderer. Du bist ein Mörderer. Du bist ein Mörderer. Oh, shit. Ich dachte, er hätte eine Wunde. Ja. Du bist ein Mörderer. Du bist ein Mörderer. Du bist ein Mörderer. Was zur Hölle? Was geht bei deiner Nase, Junge? Du bist ein Mörderer. 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 Was holen die von uns? Ja. Ich verstehe es nicht. Das ist zu verrückt, das Game. Was ist das? Wie viele Schuss haben wir noch? 22 Schuss. Okay, ich muss sparsam jetzt sein. Wir haben immer noch nur einen Buchstaben, oder? Kann das sein? Ja. Oh, shit. Oh mein Gott. Die Scheibe ist eingeschlagen. Alter. Was war das? Hallo? Ich habe schon gedacht, es kommt ein Monster. Wir kriegen einen fetten Jumpscape. Ich komme hier raus. Oh, shit. Es wird ernst. Wir gehen weiter. Leute, es wird ernst, glaube ich. Oh mein Gott. Wir müssen irgendwas aufklären. Waren wir das gerade? Weil wir geschossen haben? Was ist hier passiert? Weil wir geschossen haben? Wir müssen nach Zetteln gucken, ne? Ja. Nicht, dass hier welche versteckt sind. Genau, genau, genau. Sie liest ganz entspannt. Das kennen wir doch von Station 5, dass ihr das Buch liest. Echt? Ja, stimmt. Okay, das war ein miese Massaker. Leute, die bewegen sich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die bewegen sich. Oh mein Gott. Okay. Jo. Hey. Was ist mit euch los? Hey. Hallo. Was wabbelt ihr hier so rum? Hallo, ey. Rönt dich. Rönt dich. Rönt dich. Rönt dich. Oh mein Gott. Zittern die hier rum? So wabbeln die hier rum? Jetzt wird's creepy, ey. Was ist los mit dem? Was ist los mit dem? Was machst du da, Junge? Was machen die da? Bewegt deine Hüften so komisch. Hey, verschwenden Monitionen. Das war ein Hinweis. Oh shit. Das wäre nachher... Okay, okay, okay. Aber kein Zettel, ne? Nee. Die ganze Zeit. Was machen die? Was geht hier? Vorsicht, Leute. Okay, da ist hinten ein Zettel. Ja, aber ein Zettel. Hoffentlich mal was an. Aber nur an dieser einen Stelle. Ich versteh's nicht. Was soll das? Da steht nix, Mann. Kein weiterer Hinweis. Wie viel haben wir noch? Okay, wir haben genau 20 Schuss. Ich schieße jetzt gar keinen mehr, ne? Es ist nochmal Blut auf dem Boden, meine ich, ne? Meinst du nochmal? Es sieht schon extrem aus. Oh, ein Zettel. Oh, da könnte er jetzt was Neues sein. Sieht neu aus. Ich seh da irgendwas. Vielleicht ist hier auch ein... Ich schieße dir eine Anrufe, weil ich nicht mehr weiß, wie ich dich zu kontaktieren kann. Du hast mich ignoriert. Okay, das war eine Anrufe und E-Mails. Ignoriert. Blablabla. Nicht die Tür geöffnet. Was ist passiert? Bitte, bitte, kontakt mich. Bro, wir bauen Buchstaben nicht deine Nachricht, Alter. Oh mein Gott! Yo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Yo! Was war das? Alter! Bro! Leute, habt ihr das gesehen? Ich hab's gedacht. Oh mein Gott! Jetzt wird's gruselig, Digga. Alter! Boah! War das ekelhaft. Äh? War die Hintergrund die ganze Zeit? Ja. Ne, ne, der ist sogar leer. Nein, da war doch Blut mit den Leuten, oder? Ach, echt? Ich hab wirklich gerade Gänsehaut. Ich werd gerade Gang am Kopf. Boah, war das gruselig. Oh mein Gott! 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 Was lachst du so, Junge? Was lachst du? Die sehen voll real aus, ne? Oh shit! Die sind nicht mehr verpixelt. Okay, jetzt wird's richtig creepy. Ach du heilige... Ey, die sehen auch alle unten! Er hält! Ey! Er hält was! Wer ist das? Bro, was ist das? Gib mir das! Oh mein Gott! Was ist das? Äh... Ihr unschuldiges Blut? Ist deine Schuld! Ey! Die... Die behaupten wir sind die Mörder! Hä? Wir haben nichts gemacht! Nur wenn wir eine Waffe haben! Oh! Oh mein Gott! Guck mal der Rechte! Ach du heilige Scheiße! Junge! Guck mich nicht so an, Junge! Egal! Nicht mal mich so verschwellt! Oh shit, Alter! Boah, Alter! Wie schnell das Spiel sich jetzt umgeswitcht hat! Ja, Mann! Oh mein Gott! Die Stangen Leute! Station 5! Station 5 ist zerstört, Alter! Okay, Leute! Stangen abzählen! Ja, Mann! Was ist der Fehler? Oh-oh! 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 Oh mein Gott, Alter! Okay, jetzt wird's richtig ernst, Leute! Jetzt ist gar kein Spaß mehr! Jetzt ist ein ganz anderes Spiel gerade wieder, ne? Egal! Gebt uns den Hinweis! Wir haben nur ein E! Wir haben nur ein E! Wir brauchen fünf Stück! Ich glaube, es wird auch eine intensive Psycho-Reise! Ich glaube auch! Okay, hier ist ein Fernseher! Hier ist ein Fernseher! Nice! Ich hab angemacht! Wir brauchen eine Fernsehpause erstmal! Ist das ein Hinweis? Du dich mal! Gibt es das ein Hinweis? Ja, man erkennt nichts, ne? Ist das aus? An? Und so ist an! Vielleicht brauchen wir eine Kassette! Ach so! Was passiert da noch? Irgendwas können wir hier machen! Nee, das ist einfach ein Sitz ohne! Wir sind ja komplett durcheinander! Irgendwas können wir hier machen! Warum hast du den nicht gerettet? Sagt er! Michael! Wer heißt denn Michael? Boah! Hö, die Frau! Die ist von Station 5! Loll! Bro! Der ist einfach eingelitzt! Im Sitz! Hä? Er ist nicht verpixelt! Ey! Das ist das Monster! Guck mal! Sein Arm! Digga! Sein Arm! Was mit seinem Arm? Bro! Oh mein Gott! Yo! Ich hab seinen Arm gedreht! Ich hab seinen Arm gedreht! Ich hab seinen Arm gedreht! Was ist alles passiert? Was? Was geht hier ab? Tu diesen Arm da weg! Gib mir einfach einen verfleischten! Bro! Ich hab den jetzt einfach in der Hand! Tu den mal weg! Ey! Was ist das? Ey! Ich muss den nur irgendeinen geben! Guck mal einen Tipp, wie wir diesen Fagisten-Arm loswerden! Ich muss den mitnehmen! Vielleicht kann ich damit was machen! Er ist auf jeden Fall aufregender als Station 5! Ne! Wem fehlt ein Arm? Welchem Kollege fehlt hier ein Arm? Jetzt puzzeln wir erstmal ne Runde! Wer hat hier eine Arm-Armproduktion hinter sich? Wir können helfen! Wir brauchen einen Arm! Jungs! Was mit dir? Ja! Wir achten drauf, ob es eine Person gibt mit nur einem Arm und dann kriegt ihr den Arm! Oh shit! Was ist das? Hä? Hast du das gesehen? Da waren gerade so... Der Arm ist weg! Okay! 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 Oh mein Gott! Ein Tor! Ein Tor! So einfach! Du hast mich... Komplett! Du erfüllst mich! Du hast aber echt real aus! Ja! Krass! Ey da steht was! Guck mal! Mörder! 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 Komm wir gucken! Zettel! Danke für den Tipp! Danke Bro! Also das heißt es spielt gar keine Rolle! Schuh 18 hier! Verdammte Scheiß! Halt's auf! Was ist das denn immer? Was geht im Fernseher? Ich glaube wir müssen irgendeine Kassette reinmachen! Ja wir brauchen eine Kassette! Aber von wo? Du musst noch auf alles achten! Okay 18 Schuss! Ich schieße jetzt gar nicht mehr! Ich muss trotzdem die Zeichen checken! Wir gucken aus Prinzip 1 ja kein Aufwand! Ja! Oh da hinten ist ein Knast! Knast Gitter! Wir werden wieder stramm gestalkt! Was lacht der so zufrieden? Der ist so creepy! Hä? Hieß zu? Was geht denn hier ab? Oh shit! Und wie können wir das öffnen? Können die nicht durch! Wir müssen mit irgendeinem von denen kooperieren! Schießen! Oh! Ne! Okay! Vielleicht haben die irgendwas für uns! Oh shit! Wenn die schon so freundlich grinsen, vielleicht helfen die uns ja! Hey! Bruder! Der hat eine Uhr! Warte! Einer der komisch aussieht! Ja! Die sehen alle gleich aus! Oh! Den gibt es 20 mal! Mit voll unten eben den körper da vorne gepresst! Ja! Hey! Er guckt uns nicht an! Hä? Er guckt uns nicht an! Der hat irgendwas! Oh! Loll! Was ist das für ein Bein? Alter! Korrekt! Bruder! Wir müssen Puzzlespielen mit denen! Ich will dein Bein, Bro! Krass! Wow! Was mit dem Rechten passiert? Hier! Mach auf! Jetzt mach auf! Hauptvergabe! Hier hast ein Bein! Mach auf! Wer ist der neben dir weggewabbelt? Guck mal kurz! Rechts! Ich glaube es war der da am Boden! Der ist aufgeplatzt! Was soll ich jetzt mit seinem Bein aber machen? Wir gucken jetzt auf jedes Bein! Vielleicht sieht jetzt irgendeiner an den Bein abrufen! Ah! Zu dem Körper! Ah! Den Körper! Vielleicht müssen wir den Körper zusammenziehen! Boah! Am Ende wird das so voller Mutantenmonster! Ich glaube da ist irgendeine Leiche! Oh! Da müssen wir nochmal den Arm aufheben! Das ist irgendeine Leiche! Stimmt! Wo ist der Arm? Der ist aber weg! Leute! Wir müssen erstmal den Körper geben! Wir gehen zurück! Wo war der? Warte! Genau! Der Torso zurück! Heftig irgendwie! Krass! Einfach so ein Torso zusammenbasteln! Und wir haben noch Fernseher! Crazy man! Okay! Hier lag der Torso! Wir müssen den Körper! Genau! Hat man doch eben ein Körperteil eben? Ja eigentlich ein Arm aber! Der ist weggeflogen! Oh! Oh! Okay Bruder! Wir kommen zurück! Ja! Wir holen dir deinen Arm! Kopf! Wir machen dich wieder hübsch! Wir machen dich wieder hübsch Bruder! Ich meine wie der Kopf aussieht! Ja Mann! Von irgendeinem Typ den Kopf! Wir kriegen ihn wieder hübsch! Okay! Wer will seinen Kopf opfern? Warte! Ich mach jetzt mal aus! Ich mach jetzt mal aus! Hat sich was verändert? Ich bin nicht ne! Könnt ihr mal lassen! Das hat auch irgendwas aus! Okay! Wer sieht jetzt komisch aus? Können wir ihn alle angucken! Keiner will ihr was geben! Keiner will was opfern hier! Achtet auf alle Stühle! Okay! Wir gucken uns alle Stühle an! Warum Stühle? Die sind natürlich crazy da in der Luft teilweise! Oder hochgepusht! Hatten wir hier was? Da hatten wir ein Bein meine ich! Stimmt! Aber da war auch zu dann! War das hier? Ne! Es war ein weiter! Da ist wieder Kopp einer der sich... Der den Kopf nicht bewegt! Der hat immer was für uns! Aber wir sind alle so! Wir sind alle normal aus! Hinten war Knast oder? Ne! Es ist was neues hier! Oh! Es ist was neues! Okay! Warte jetzt! Oh! 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 Da liegt noch was! Der Arm ist weg! Das ist der Körper wieder! Achso! Der Körper! Hä? Was geht ab? Der Arm war doch gerade hier! Der war ein Arm! Ich hoffe es ist kein Bug Leute! Aber wir kommen noch! Wir sind jetzt wieder zurück! Und der Körper! Wir wurden resettet! Dass wir nicht so einen weiten Weg haben! Das hätte ich in den Park nehmen müssen! Und dann mitnehmen müssen! Vielleicht kommt der Arm wieder! Vor allem den haben wir eben fallen gelassen! Ja! Ja! Wir gucken! Oh mein Gott! Boah! Zweites abge... Verbrannte Bein! Verbrannte Bein! Egal! Der kriegt ja direkt! Nice! Spende! Was ist mit dem passiert? Mit dem Bruder! Auf Bro! Er ist halb verbrannt! Halb abgefleischt! Ja man ist nicht verbrannt! Halb verschimmelt! Sieht übel aus ey! Sieht crazy aus Alter! Wer ist das? Hier Bruder! Bro! Dein Bein! Bitteschön! Nimm! Er will ihn nicht annehmen Alter! Was ist das? Er will ihn nicht nehmen! Vielleicht ist das von einem anderen! Wir sammeln das erstmal da! Lege es da hin! Ich kann nicht! Achso! Eigentlich legt er das ab immer! Oder wir müssen das einem anderen geben um... Das sieht doch nicht aus wie sie von seinem Körper! Nee eigentlich nicht! Wäre aber das richtige Bein eigentlich aber... Oh shit Alter! Okay Leute! Das wird immer spannender! Was passiert hier Leute? Hast du den Zettel trotzdem nochmal kommen? Das ist echt crazy Alter! Was ist hier los in diesem Spiel? Ja man es ist immer mysteriöser ne? Mit den Körperteilen... Ich laufe mit irgendeinem vergammelnden Bein rum Alter! Achso! Soll ich... Was sollen wir damit... Ein... Einzeln über den Kopf ziehen? Der Bruder! Der ist nicht verpixelt! Der hat doch... Deine Hand! Deine Hand! Gib mir deinen Arm! Aber ist auch so wie bei dem! Hä? Egal! Nimm mal! Kurz an einem Tor also testen! Wow! Aber das ist von dem anderen! Soll ich zu dem... Ist doch vom anderen aber aus Prinzip kurz testen! Da können wir ausschließen, dass das dem nicht gehört! Ich kann nicht nehmen! Oh! Okay! Der wird dich schmissen! Hä? Leute! Was? Geht hier ab! Nein! Also... Ich kann den jetzt nicht nehmen! Okay dann sammeln wir die da! Leg ab! Ich kann nicht! Achso dann! Okay! Der macht es dann automatisch! Also mit E! Leute! Das wird immer verrückter! Das wird crazy! Okay! Wer hält sich nicht an dir? Der der sich anguckt! Wer tanzt aus der Reihe? Hat was für uns! Mein Ding ist auch wieder weg! Mein Arm! Hm! Dick zufrieden! Was mit diesem Monster was eben da war? Da war doch mein Arm eben! Da ist der Arm! Der liegt da! Versuch was zu nehmen! Versuch was zu nehmen! Genau! Oh Leute wir haben den! Zurück! 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 Den tun wir jetzt zum Tor so zurück! Einfach was wir mit dem verbrannten? Müssen wir da noch eine Gestalt zu da bepflicken oder was? Das kann gut sein! Ich kann den Arm nicht mehr nehmen von dem! Okay! Bin mal gespannt! Gibt immer eine Backpfeife! Guck mal das Bein ist weggeflogen! Oder liegt da? Ja! Ich muss da eine Stelle geben! Okay! Was fehlt noch? Ich glaube dann jeweils nochmal ein Arm! Ein Bein! Ein Kopf! Ja! Okay Bruder hier der Name! Leute! Unsere Gestalt wird immer hübscher! Bäm! 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 Oh mein Gott! Yo! Alter! Er bricht einfach die Finger von unserem Arm, den wir dir gegeben haben! Er hat sie einfach gebrochen! Okay! Okay! Der heftigste Jumpscare war immer noch relativ gelegt! Ich glaube wir kommen in den nächsten Raum! Ja! Ja man das war der heftigste Jumpscare bis jetzt! Ich war so voll unerwartet! Richtig eklig! Auch kein Soundeffekt! Einfach nur diese Gestalt die da in der Ecke war und dann hochkrabbelt! Crazy! Krasses Game bis jetzt! Das ist ganz weird! Also wie! Ja! Aus Station 5! Überhaupt nicht überschaubar das Game! Es gibt noch eine Truhe was? Es gibt dann glaube ich noch eine kleine Truhe wo ihr so eine Art Schlüssel braucht! Bin mir nicht sicher! Ich hab diesen Arm jetzt wieder drauf! Werden nochmal auf dem Schirm haben! Genau! Oder muss ich ihn auch geben? Soll ich nochmal versuchen? Weil es ist ja ein Arm ein Bein was ihm noch fehlt! Oh! Und vielleicht war eins einfach verbrannt! Ja! Ich versuche erstmal! Vielleicht braucht der aber erstmal einen Arm! Vielleicht hat der einfach einen Unfall gehabt! Ja! Stimmt! Weil genau das fehlt ihm ja noch! Ja! Und ein Kopf dann! Ja! Bro! Willkommen! Wir haben den Stoff den du brauchst Bruder! Ja man! Okay! Das kannst du wieder Biceps Curls machen! Oh! Es gehts! Okay! Jetzt ist das Bein noch! Und jetzt kann er auch die Beinpresse wieder rocken! Ja man! Nächste Bein kommt! Leck der ist wieder dann am Start! So! Okay! Okay! Jetzt ist das Bein noch! Kann sein das jetzt irgendwie drehen muss! Ah ja! Und dann so einfügen! Guck mal eben! Ah! Okay! Okay! Kann das eigentlich wieder aufschauen! Macht er so! Squat! Okay! Er braucht den Kopf auf jeden Fall! Jetzt doch einen Kopf! Von welchem Bruder den Kopf aber! Von welchem Bro! Ganz gut auf Klo! Geht schon mal in diesen Raum! Wir gehen dir! Ich klicke jetzt auf alle Köpfe! Gucken ob irgendeiner abreißt! So! Kelgen macht keinen Prank jetzt! Mhm! Kannst du mir deinen Kopf geben Bruder? Deinen Kopf? Deinen fetten Kopf? Okay! Keiner will seinen Kopf! Was mit dir Bruder? Oder muss ich ihn abschießen? Kann das sein? Vielleicht von dem nicht verpixelten! Ne! Einer von den Brüdern hier! Aber der passt ja auch nicht zum Körper eigentlich! Aber egal! Vielleicht muss ich ihn auch abschießen! Tom mit 2€ vielen Dank! Das ist ein kleines Eis! Easy easy! Oh! Gib mir deinen Kopf Junge! Ich glaube wir brauchen einen miesen Eierkopf! Ich glaube es ist keiner von denen! Wir brauchen einen richtig stabilen Eierschädel! Den nennen wir mal keiner! Spendet seine Rübe! Oder was lächeln die so alter! Das ist gar nichts witzig hier eigentlich! Oh shit! Okay! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Wir laufen auf Gedärmen rum! Oh shit! Was passiert? Ah! Ah, ich muss knacken, ich kenn das ja irgendwoher. Ist zerbrochen? Oh shit. Ok, ich hab's aufgemacht. Ich warte bis Calvin kommt, bis ich komplett aufmache. Ich hab's geknackt. Wir warten auf Calvin. Oh shit. Ich dachte das Game geht gar nicht so lange, aber es geht schon nicht so lange. Streamlike nicht vergessen Leute. Ganz wichtig, ganz wichtig. Wir warten auf Calvin, bis wir weitermachen. Oh shit. Bevor jetzt irgendwas passiert hier. Ist schon verdächtig, dass Calvin so lange weg ist. Macht mir grad schon ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Ich hab' hier irgendein Schloss aufgemacht. Oh, der Kopf. Ich hab' gesagt, wir brauchen Eierkopf. Ich wusste es. Ey, was ist passiert? Ich wusste es. Ich bin weitergegangen, da war hier dieser GDR im Raum. Krass. Da war so ein Schloss. Das hieß der Körper. Boah. Soll ich ihm seinen Kopf geben? Ich bin jetzt gespannt, ob der aufsteht. Nimm deine Rübe, Bruder. Junge, was geht denn jetzt? Jo. Wo? Wie war das? Er guckt uns an. Wie ist denn der Mörder? Wie sieht der aus, Bruder? Da steht was. N oder so. Oh, der nächste Buchstabe. Ist das ein Buchstabe? W? N? Oh, doch ein Buchstabe jetzt. Was ist das? Leute, den Zellen, den ich jetzt erklärt hab. Da war ein E drauf. Ist das ein Buchstabe? Das ist ein Buchstabe. Das ist ein Buchstabe. Das ist ein Buchstabe. Nee, das ist ja kein. N wird anders geschrieben. Das ist ja so rückwärts N. Das ist ein Buchstabe, oder? Leute, das ist ein Buchstabe. Welcher ist das aber? Leute, für was ist das für euch? N ist ein bisschen komisch? Oder ist das V? W? Undefinierbare. Oh nein, ich find' auch neuer Schädel. Ein Riesenbaby. Das ist aus wie so ein Riesenbaby. Ey, der Typ ist in einer Prime. Wer hat ne Glatze, Alter? Bruder, wie er uns anguckt? Sogar rasiert den Kopf. Was ist mit dem, Alter? Sehr, sehr, sehr weird. Wie man immer manchmal so zurückgelassen wird, ne? Man hat... Wir haben den completed, Bruder. Alter, überall Hackflasch auf dem Boden. Crazy. I love you, baby. Steht so. Also... Oder Z. Geh mal zurück. Könnte das ein Z gewesen sein? Kein Zurück. Nach deinem Kopf gibt es ein... Egal. Wir haben ja die Buchstaben, Leute. Schreibt die auf. Schreibt die auf. Ihr seid deine T-Zettel, Leute. Ja, Mann. Einmal haben wir ein... War das ein E, ne? E? E und eventuell ein Z oder ein N. Genau. Ich glaub' jetzt eh nicht viele. Oh shit. Oh shit. Das wird immer realer, das Game. Ich schwöre. Wow! Junge! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Ich werd' mir grad Sorgen um die Gestalten, die uns angeguckt haben. Was machen die jetzt in den dunklen Raum? Boah! Oh nein. Wollte ASMR auf Hackfleisch gehen. Beziehungsweise Gedärmen. Egal, wer folgt dem Licht. Was ist da für eine Stange? Oh mein Gott. Was ist das? Weiß ich nicht. Muss stoppen. Alter. Oh, wir haben noch eine Taschenlampe. Oh. Vergessen. Was geht, Bro? Boah, wer guckt? War das fit, Bruder? Ach so, es war eine Schlange. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Weiter geht's, weiter geht's. Einer der weirdesten Games, Leute. Ja, Mann. Was blinkt da? Oh nein. Er chillt da. 16 Schuss. Reicht. Um das hier aufzuklären, das Ganze. Wir mussten noch keinmal schießen, ne? Wozu hat man hier eine Waffe hinter das Spiel? Ja, aber eigentlich braucht man keinen wirklichen Schuss. Das macht so gar keinen Sinn. Oder? Die brauchen wir gleich noch. Ja. Aber ja, der Tipp. Berücksichtige, nicht zu viel. Mit 12, oder? Ja, Mann. Am Ende brauchen wir alle Schuss, Alter. Ja, Mann. 60 Schuss. Am Ende kannst du durch, wie wenn du die ganzen Schuss hast. Riesige Dame. Der Person war in N umgekehrt. Okay, dann E und N. Leute, E und N. Merken. Für N. Oh. Mal gucken, ob einer nicht guckt oder so. Ja. Okay, alle gucken. Leute, falls wir da nicht mehr rauskommen, wir haben auf jeden Fall genug Eiweiß auf dem Boden. Also, oh shit. Und jetzt auch noch hier rum ein paar Wiener Würstchen zu mitnehmen hier. Oh shit, überall Arme. Oh oh. Oh oh. Boah. Ey. Was passiert da mit dem? Was ist das für ein kranker Scheiß? Die GDM haben den komplett gefallen. Sollen wir es abschießen? Nein lieber nicht, lass dich verleihen. Guck mal, hier ist noch ein Kopf. Können wir ihn aufheben? Nein. Boah. Ey, wie crazy man. Leute, was bedeutet das? Was passiert hier? Oh shit. Oh, die Leute sind wieder da. Die normalen Besucher. Was ist mit Station 5 passiert, Alter? Ja man. Friedlich angefangen in Station 5. Komplett abgegradet ey. Nicht mehr wieder zu erkennen. Ja man. Es fing so romantisch an wieder mit Station 5. Die Zeichen sind nicht mehr wieder zu erkennen. Und jetzt sowas. Gar nichts mehr. Oh Gott ey. Wir müssen es gleich geschafft haben, oder? Oh shit. Oh shit. Die Brie sind back. Wieder fleiß im gucken. Was ist mit diesem Monster überhaupt? Wie ist der Mann? Müssen wir was machen wieder? Kann das sein? Langsam müssen wir wieder was machen, Leute. Oder? Wir lassen uns die ganze Zeit hier berieselt von diesem komischen Raum. Oh, da ist jetzt ein Tor. Oh shit. Ah, brauchen wir eine Schüssel oder so? Hier ist ein Schloss. Oh nein. Oh. Warte. Geh mal drauf. Wer ist das? Weiß ich nicht. Geh mal drauf. Kann man gucken was man braucht. Ich kann nicht draufkippen. Okay. Oh, da ist irgendwas. Alter. Oh mein, der Endgegner. Oh mein, der Endgegner ist da. Okay. Oh shit. Okay, was haben wir? E? E und N. Was haben wir, Leute? Es gibt 5 Buchstaben, Leute. Wir haben nicht alle Buchstaben gefunden. Oh. Was für ein Buchstaben. Es gibt nicht mehr N hier als zweites. Gibt's nicht mehr? Oh man. Oh. War das M dann? Dann muss es ja M gewesen sein, oder? Hmm. Oder sind die überall anders? Oh, hier gibt's ein N. Die Reihenfolge ist... Ach so. Vielleicht ist sie auch anders. Vielleicht ist sie jetzt nicht so... Hmm. Boah. Also da gab's ein N. Hier auch. N kam auf jeden Fall auf der Person. Shit, wir haben nicht alle Codes gesehen. Okay, das war so crazy die Räume. Wir haben glaube ich ein bisschen die Buchstaben verbreitet. Ja. Vielleicht sehen wir ja ganz zufällig die Buchstaben noch im Chat. Ganz zufällig. Ganz zufällig. Vielleicht kommen hier so ganz zufällig angeflogen. Reingeflattert so. So dass wir hinter die Schranken da gelangen. Ich weiß nicht ob wir jetzt alle finden noch. Weißt du? Und wo waren die versteckt ist die Frage. Das ist... Wir hätten ja alle Zettel angeguckt. Welche Neid? Ach. Aber ein E hatten wir doch. Aber da war ein E, ne? Weil das E war am Anfang, ne? Boah, denk ich. Sind da jetzt auch die letzten Räume? Wie meinst du? Auf die Frage. Ich guck nochmal, ob hier ein Zettel war. Mach dir die Tür zu hier die ganze Zeit? Ja, kein Zettel. Okay, wie viel hatten wir? Nur zwei? Bei zwei könnten wir eigentlich noch raten. Ja, da gab es aber mehrere zuhause, ne? So vier bis fünf, ne? Fünf. Fünf ist schon eine Menge. Fünf ist heavy. Fünf ist sehr heavy. Vielleicht steht hier noch eins. Oder was haben die den ganzen Tag gesagt? Mörder? Ah ja. Mörder? Michael? Ne, wären sechs. Neid einem? Einfach mal so. Ja. Ja. N. I. Ich glaub es gibt kein G. Ja, es gibt kein G. Achso. Ja, weil wir die sehen müssen. Dämon könnte sein. Oh, sieht gut aus. Ich mein, was ist das hinter der Gitter? Das ist doch ein Dämon, oder? Ja, Mann. Ein Teufel oder so, oder? Oh, das könnte sein. Alter. Alter. Oh mein Gott. Niemals. Niemals. Dämon. Kannst du bestätigen? Oh. Oh mein Gott. Stark. Kannst du da keinem erzählen? Stark. Oh mein Gott. Was ist das? Was zur Hölle? What? Ist das? Wow! Shit. Digga, die Belohnung war den Jumpscares. Jumpscares auf den Nacken, oder? Das war die Belohnung. Dafür haben wir gekannt. Hä? Geh schnell rein. Ich kann nicht. Geht nicht? Alter, schieß das Ding. Halt dich bedeckt. Jetzt kannst du vielleicht schießen. Okay, ich habe 16 Schuss, okay. Warte, wer der kommt? 16 Schuss, Bruder. Kannst du das schnappern? Ja. Oh, wir können rennen auf einmal. Oh mein Gott, wir müssen wegrennen. Vor Wasser. Leute, jetzt. Oh mein Gott. Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle? Alter. Jo, was war voll. Boah, creepy. Lauf ruhig, Bruder. Ey, ich kann nicht mehr rennen, Bruder. Ey, du. Scheiße. Hilf uns. Hilf, hilf, hilf. Boah, wie gruselig. Mach auf, mach auf. Mach auf. Es geht nicht auf. Es geht nicht auf. Ich muss kämpfen. Ich muss kämpfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Riesen Monster, Junge. Stürm. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du kannst wegrennen. Renn durch. Keine Muni mehr. Oh shit. Alter. Ey, das Game. Das ist der Gräte. Was zur Hölle ist. Nein. Niemals. Nein. Aber. Nein. Aber dann kam da noch was? Nein. Die Frage ist. Ich hätte die ganze Muni, glaube ich, für den Schluss aufgewandelt. Deswegen. Bruder, was ist dieses Game? Wir hatten ja die Hälfte. Aber das war auch so schwach erklärt. Da war nur so ein Zettel. Was ist dieses Game, Bruder? Wir haben Munition verplempert. Bro, was war das für ein Spiel? Ey, war echt krass. Also crazy. Und nochmal weird und crazy. Und nochmal weird. Ein bisschen zu langsam, fand ich. Ja. Die hätten wenigstens klar sagen müssen. Irgendwie müsste das schneller gehen alles. Ja. Aber irgendwie lustig. Aber war witzig. Ja, Mann. Weil du weißt halt echt nicht, was passiert da. Weil man geht die ganze Zeit. Oder würde man wenigstens rennen können die ganze Zeit. Das wäre nice. Ja. Und es wurde halt nicht ganz... Oder man konnte nichts mit der Waffe machen. Was ist das denn? Okay, vielleicht hätte man wahrscheinlich so fünf Munitionen easy verballern können. Hätte den trotzdem besiegt. Ja, aber man konnte nichts die ganze Zeit mit der Waffe machen. Und ist ja klar, dass man dann auch viel schießt. Genau. Das war aber extra so. Und die Buchstaben waren sehr schwer zu finden. Also zwei Buchstaben haben wir gefunden. Ja. Der Rest war sehr schwer. Aber vom Ansatz her... Ja. Da wäre noch ein Ende gekommen. Aber nochmal alles... Wäre da jetzt noch viel gekommen? Oder wäre das jetzt noch so... Wirklich nicht mehr viel? Oh shit. Wir könnten auch gucken. Natürlich immer... Was am Ende passiert. Ja. Aber sonst war das Game. Hätte halt richtig Potential. Richtig Potential. Ist halt neu, ne? Also sehr krass. Vor allem Station 5 so in Horror mäßig. Ja. Mies Potential. Hätte gerade noch das Monster besiegt. Genau. War eigentlich nice. Wir können uns da eigentlich noch mal ein Ende angucken. Können eigentlich noch auf das Ende reagieren. Ja, der ist auch gestorben, der Bruder. Ja, Mann. Dann hat der von dem anderen das genommen. Genau. Der hat auch geguckt. Hier ballert er die Frau weg. Da spawnen noch irgendwelche Leute auf jeden Fall. Die platzt auf. Bam. Zack. Dann rennt er irgendwie rum. Sucht das Ende. Da geht's am Ende des Waggons. Dann sind da noch mal Leute. Da sind random Typen einfach. Und da geht's am Ende. Da muss man dann rein. Krass. Einfach mal ein fetter Gedärmeraum. Da ist eine Frau, die mal einen Minirock mit Gedärmen. Und da sind immer auch voll die Wurzeln da hinten. Ja, Mann. Einfach wahnsinnig. Ganz weird. Aber schwach vom Game, dass man wirklich nicht gespeichert hat bis dahin. Dass man alles wieder zocken muss. Selbst er guckt da auch schon nach. Durch das ganze trockene wieder muss. Bruder, da hat doch keiner Bock drauf. Das ist halt echt schwach gemacht. Ja, Mann. Aber sonst hat das Game richtig Potential. Aber sehr krass. Wäre das ein bisschen schneller alles und so. Ja. Ein bisschen flotter. Aber sehr, sehr cool. Vor allem dieses extrem weirde. Macht's auch mal so interessant. Ich schwör. Ja. Aber sonst, ja, Mann. Knackiges Game. Crazy Game, ne? Daumen hoch für mehr solcher Games. Auf jeden Fall. Fetten Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Kein Video zu verpassen. Jetzt checkt gerne unsere Merch-Shop ab. Link in der Beschreibung. Verlinkt uns auch gerne auf Instagram. Wenn ihr was davon tragt. Gönnt euch was kuscheliges, Leute. Yes Sir. Bis zum nächsten Video. Peace. 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 Peace.